Wir können durch eine Menge künstlerischer Tricks, das den Raum anders oder den Bau anders erscheinen lassen. Also wir haben eine Menge visueller Mittel, die einen Raum und einen Bau anders erscheinen zu lassen, als er praktisch gebaut ist. Und diese Wissenschaft haben wir versucht, in gemeinschaftlicher Arbeit aller auf die Beine zu bringen. Sie wissen ja, in der deutschen Sprache bedeutet ja bauen, nicht nur Häuser bauen, sondern man baut den Geist und den Körper. Das sollte also eine sehr allgemeine Bedeutung haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.